Hallöchen und willkommen zum kleinen Infovideo, auch eine kleine Ankündigung eines Projektes. Minecraft wird morgen 1.8.2 das Update für die Xbox-Version kommen, also für das Arcade-Game. Das hat heute Fiat Studios vor so einer Stunde angekündigt, so 22 Uhr oder so. Ich habe das jetzt gerade erst gesehen und dazu mache ich jetzt gleich mein Video. Morgen wird dann zu Let's Show kommen und dazu auch noch ein paar Let's Plays. Das wird auch als Projekt aufgenommen, aber nicht zu lange, damit ich auch noch genug Zeit habe für Assassin's Creed 3 und Pokémon. Denn gerade läuft ja auch Pokémon-Schwarze Edition 2 und Assassin's Creed Revelations. Assassin's Creed Revelations wird, glaube ich, nächste Woche schon zu Ende sein. Und dann beginnt auch schon übernächste Woche Assassin's Creed 3. Und Minecraft kommt jetzt halt zwischendurch, weil ich habe ja gesagt, wenn das Update 1.8.2 kommt, werde ich dazu ein Let's Show machen und ein kleines Infovideo und ja, paar Let's Plays. Ja, das Infovideo ist halt das Let's Show, da werde ich halt alles zeigen, was neu dazu gekommen ist. Und dann könnt ihr ja auf meinen Kanal einschalten und das sehen. Ja, und was gibt es noch zu sagen? Die Let's Plays werden so morgen, Let's Show wird morgen so in der Nacht kommen. Ja, so am Mittag kommen, so komplett darauf an, wann das Update veröffentlicht wird. Ich komme dann von der Schule mit, ist dann sofort, wir suchen hochzuladen, aufzunehmen und hochzuladen. Und dann werden wir sehen, was sich da alles verbessert hat. Ich habe ja bei dem, einem Let's Info von Mario Kart Wii ja ganz viele Bilder gemacht. Das sieht schon ganz schön geil aus mit den Endermans. Der Kreativmodus wurde auch ganz schön geil angepasst. Ja, darauf können wir uns schon freuen morgen. Schaltet einfach dann morgen auf meinem Kanal ein. Euer GeilTube.